so und damit hallo und herzlich willkommen zu einer runde rocket league mit den absoluten julie simon eric und meiner wenigkeit habe ich habe ich habe ich nicht habe das ist ein extra leichter weil er ist doch alter alter was würde weil april kaffee erik ist im gegner team erik ist torwart oder wie erik darf nicht angreifer sein weil sonst haben wir verloren erik das tor geil guckt euch den mal bitte an der ball fällt runter auf mein dach und von dort aus zu juli ja mir gibt es mir geht ich gehe nicht wir gehen wo der ball bleibt weil ich aber nachher wieder erinnern möchte erik ist gut im tor war ein paar ja nix ja es ging richtung tor geht es reicht mir nein 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 wir sehen wir mal von hinten wenn du mal von hinten kommst dann sagt bescheid ja bescheid krieg ich danke juli ja gerne doch simon 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 ja bin doch da wie ist der da jetzt rein guckst du an ich hab's alle ich habe alles auf hoffnung bei mir ist er wieder an mir vorbeigeflogen ich gehe vor ich gehe ich gehe ja beide kann nicht schaden der war gut der war gut der war gut der war gut ich habe kein boost brellte brellt dieser ball heftig ab hat man hat da ohne julie jetzt glaube ich auch noch den 100er boost ja nicht hoch genug ich heb ab nichts hält mich am boden ja das muss ich auch noch mal üben alles blass also gar zu dritt an diesem behinderten ball vorbeigefahren ja gar nicht so gut wieso steht bei eigentoren warum stehe ich da eigentlich immer irgendwo in der nähe das ist ja nicht so gut was mache ich denn spielen oh wow oh sehr gut simon sehr gut nicht gut als wenn der jetzt einfach von der seite da einfach eingerollt ist ich wollte ich wollte das tor machen aber dass ich ja ja ich würde mal sagen übers ziel hinaus geschossen ach quatsch ich fliege ich fliege ich fliege wieso 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 nein geht nicht 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 hoch doch mal wir werden wieder einen würfel haben mit dem wir gestalt gekauft mann wir können ja den würfel auf der map ausprobieren nee das ist ganz schlimm direkt direkt kannst du ja zu spät ja zu spät ich will noch den frick da eric ich will noch den faggebust hinter dir frick au 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 oh gott simon das ist simon schickli du siehst in der statistik zumindest so aus als wenn ich was gemacht hätte du hast sogar schon ein tor geschossen beschwerde ich nicht alter was macht ihr zwei denn da das war kein eigentor von judy war mehrig eine sekunde vorher das war kein eigentor von judy das war eigentor von mir warte simon 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 ab gleich mal verlängerung hier in dem ersten spiel hier jo ok 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 simon ich bleib mal hinten ok war es jetzt die drohung oder war das ne 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 reine info sehen sie das bitte als info ha- ! tut 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 hm klick 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 oh fuck ey ja wirhwasser sis aber vorbei alle dran vorbei alle dran vorbei simon simon sie geht raus an simon das geräusch stand wirst du da zu schnell gefahren simon du gehst oder gehen wir beide angriffen ne ich fahr was ist mit dem ball was ist mit dem ball geht es nicht gut der ist ein bisschen angeschwollen man hört es vor allem der missachtet jetzt auch die physikalischen gesetze der stopper hat gleich nein nicht vorbeifliegen rechts und linksanfall vorbei oh gott nein naja da war ich zu weit weg da war ich zu weit weg dammit ich hab dir ne vordere gegeben direkt mit der seite und mein ball meins 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 ja ey wenn er das nicht gemacht hätte hätte ich ihn vielleicht noch berühren und dann wäre es auf keinen fall was gewesen oh fuck oh gott ich bin mal wieder über die kante vom tor gefahren und dann wieder in g-fly gekommen also so ein tor würde ich beim gegner nie hinkriegen ja mach einfach besser oh oh ein boost wo die andere Richtung fiel ja immer noch andere Richtung focus obwohl die ist gut jungen Wir sind grün! Wir müssen ins rote Tor. Das Tor ist nicht grün, weil wir da hinschießen müssen, gell? Das weißt du. Alles richtig gemacht. Alter, wenn ich jetzt noch mit einem Tor mache, dann schreie ich aber. Alter, das war knapp mit einem Tor. Hey, eigentlich steht es jetzt 2 zu 1 für uns, will ich mal kurz sagen, wa? Ja. Scheiße. So funktioniert es nicht. Oh, belastend. Also solange wir die Tore richtig rechnen, bin ich dafür, dass es jetzt 2 zu 1 steht. Nö. Ich bin dagegen. Die sind doch richtig gerechnet. Nö, 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 nö. Wir müssen die besser jumpen, wenn die richtig rechnen. Genau. Alter. Oh, oh. Simon, Vorlage, oder? Nö. Nö. So. Ach, fuck. Hab ich. Hab ich. Guck, beim Gegner kriege ich das nie hin. Aber bei uns im eigenen Tor kriege ich so eine Scheiße hin, oder was? Nein, fühlt man sich halt besser, ne? Ja. Als ob. Joli, mach ihn rein. Äh. Meine Handu. Ja, ich hab meine 2 Boost noch verwendet hier, um... Ach, Mann. Nein. Nein, Joli. Doch, doch. Nein. Doch, Joli. 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 Das war die Revanche. Eins müsst ihr noch machen, dann haben wir alle gleich viele. Simon, gute Vorlage, bloß ich war absolut nicht am Punkt. Nein, das war ein bisschen arg falsch. Ich krieg das, ich krieg das nicht, ich krieg das nicht. Oh Gott, da komm ich hin. Oui, uui, 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 uui. Ui. Oh. Hallo Ball. Wie geht's? Nicht da rein. Nicht da... Nein! Nein! Von Miu? Ja, ich hab den nicht mehr gekriegt grad. Ich hab einfach nur, bin einfach nur reingefahren. Hä, man hat mich den Ball berührt. Hier! Da! Hä? Hä? Gut! Ja! Okay! Punkt ist Punkt! Juli ist definitiv der Match wieder mit 4 Toren! Ja, auf jeden! Ja, hab ich jetzt meine Kamera... Ah! Ja, Moment! Halt's! Ich mach den selber raus! Ich mach ihn selber raus! Danke, Juli! Nein! Nein! Nein, nein! Ich hab ihn zur Seite gekriegt! What the fuck! Danke, Simon! Na, rollt der Ball genau da hin! Die Physik ist auch manchmal etwas... etwas weird hier in dem Spiel! Ja... Das macht schon Sinn! Nein! Also in dem Fall! Mit der Geschichte, dass ich gegen den Ball gefahren bin, hättet der Ball locker bis Zoll rüberschießen müssen! Oh, jetzt wieder hart belassen! Hei, Erik! Na, Juli! Hey, sag da weg mit dem Ball! Hey, sag da weg mit dem Ball! Und rein mit dem Ball! Nee, nee! Also in die andere Richtung rein! Ah! In die Richtung! Aber noch etwas weiter! Simon, Vorlage? Vorlage? Das ist... War ein bisschen höher als geplant! Das ist... Außerblein-mäßig Stockwerk Nummer 2! Nummer 5, ja! Ja, gut! Kommt auf an, wie hoch der einzelne Stockwerk ist! Fuck! Simon! Gut! Gut! Dreh dich, du Dreckskarre! Nein! Oh, oh! Ja! Nee, komm nicht mit mir ran! Das ist eine gute Idee! Aber... Halt's ob! Garde! Moment! Was passiert jetzt hier? Es gibt Items! Was für Items? Warum klatschen die jetzt auf zu klatschen? Nein! Dann läuft das aber nicht hier! Oh! Hä? Wieso klatschen die Leute jetzt? Die sollen mal aufhören mit klatschen! Warum? Das ist so unser Publikum! Jo, alter! Oh! 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 Pfff! Simon, was geht ab? Keine Ahnung! Das hat sich ein bisschen angestarrt, die letzten Folgen! Jetzt kommt der Skill! Scheiße! Alter! 15 Sekunden vorbei! Es steht schon 2-0! Hahaha! Besser als in alle Runden davor! So! Jetzt können wir mal die ersten Items benutzen hier! Wut? Erik! 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 Ja! Wie aktiviert... Wo ist der Ball? Nein! 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 Das war die falsche Richtung! Wie setzen wir das Ding ein? Linker Stick! Linker Stick drücken! Bei mir zumindest linker Stick drücken! Oh! 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 Alter! WTF! Das ist ja mal mega geil! Ja! Wenn man es kontrolliert benutzt, ist es auch gut! Und nicht einfach nur random irgendwas drückt! Ich bin mal alleine, okay? Ja! Wir gucken uns die Items an und... Alter! Goal! Ja! Ja! Goal! auf sich angewendet, dass du nämlich nicht mehr bremsen und nicht mehr so sensibel steuern kannst. Alter! Was geht hier auf? What the fuck? Wund, das will ich jetzt sehen. Was ist da grad passiert? Nico halt, Nico mit der Reaktionszeit von der Schildkröte. Aber wirklich. Der geht auf wieder, der geht. Alter! Geil! Was? What the fuck, ey! Was geht hier grad ab? Die Runde geht gerade mal 90 Sekunden los. Was? 6 Sekunden los! Was? Ich möchte drauf hin, weil ich gerade eben kein einziges Tor erzielt habe in der vorigen Runde, ne? Die Runden dauern nicht mal 10 Sekunden. Ich kann die Items gar nicht einsetzen, weil die Runden gar nicht so lang gehen. Ja! Simon hör mal auf, nur gut zu sein! Das ist ja mal ein geiles Item! Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Äh! Oh, Simon? Okay. Was ist jetzt? Leute, wer wurde gewechselt? Nico! Wo? Ey! Alter! Nein! Jawoll! Was war denn das gerade? Nein! Ich wollte auf D drücken! Wenn ich auf D drücke bin ich nicht weit weg von der A-Taste! Ich bin heute an jedem Tor beteiligt! Dass das klar ist! Jo! Juri! Hm? Oh shit! Das war nicht so schlapp! Oh! Oh! Nein! Nein! Was ist das hier? Erich! 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 Gib mir den Ball! Nein! Lass mich! Erich! Lass mich! Lass mich! No! Alter, was passiert hier gerade? Alles! Nein! Alter, Simon! Simon ist echt on fire heute! Ich weiß nicht, was los ist! Alter! Wir sind bei Halbzeit und schon bei 7-1! Alter! Misch! Misch! Misch einfach anstellen wegen der Reaktionszeit! Guck dir das mal an! Guck! Der bewegt sich einfach! Ja doch, ich bin noch zurück, aber das war dann auch schon zu spät! Oh, was ist denn mit Simon? Der fährt nicht mehr! Der hat aufgegeben! Der freut sich jetzt erstmal nass ab! Oh, sorry Simon! Ja, da! Das hat sich ja echt gelohnt! Ja! Nein! Moment, zu früh! Ja! Ne, zu spät hätte ich gesagt, weil... Wow! Oh! Simon! Äh, Simon! Erik, lass mich wieder! Ja, ich hab wieder starre! Ich hab wieder starre! Wenn ich irgendwie an den Ball ran komme, lass mich! Oh! Ja, oder? Oh! Ja! Ich bin gar nicht an den Ball ran gekommen, weil ich hatte starre! Ich bin immer noch die Muttertona, Erik! Ja! 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 was bringen! Wenn man gescheit verwendet, sind sie eigentlich ganz gut! Oh Gott, die Abends! Ja! Das Funktioniert! Oh, was war denn das? Ahel! Oh! Ich Recentfireer und das ist mit dem Karten. Guck mal! Oh! Das gibt's doch nicht! Oh! 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 sagt gar nichts mehr das ist sprachlos bitte ein wenig aber ich versuche mich zu grund der dreher aber keine schocken geht zum tollen geht zum tollen geht zum tollen geht zum tollen nicht nur zack das hättest du auch gemacht wenn ich die weggefahren hat du kannst ihn rammen dann ist dann ist das vorbei weil dann wenn er dasteht da juli und ich mache ein eigentum wotda fack was geht jetzt alle gleich rein wo erik wow wotda fack das war unklug das war unklug ok was war das denn magnet oder wie der pümpel pümpel ah das klosstopferle ich bin jetzt schon heißer ja aber echte das müssen wir gleich wiederholen so was kriege ich wow warte mal was passiert denn hier jetzt weißt jetzt was ein Ja, was eine Niederlage. Alter, 1193.7 Tore. Ja, ich weiß nicht, wie viele Folgen das jetzt waren, aber ich hoffe, es hat es dir gefallen. Hättest du die Ballbescheunigung noch hochgestellt, Simon? Nein, ja, lasst gerne einen Like da. Schaut bei nächstem Mal wieder rein. Tschüss. Tschüss.